So, da sind wir wieder. Und wir gehen jetzt die Treppen hoch. Ah, fick dich doch! Ich weiß auch nicht mehr, wo es hier irgendwo lang geht. Leck mich! Mach die Tür auf! Wow! Ja, nee, ist klar. Oh! Toll, ich bin jetzt irgendwo lang gelaufen. Hab Schaden genommen. Nur wegen ihm. Yay! Super! Hier hat doch gerade einer gelacht. Jetzt kann ich den ganzen Schmodder wieder zurückgehen. So. So. Nito. Okay. Da ging es eben ja nicht rein. Scheiße. Was? Hä? Äh. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ah, da bist du wieder. Ja, ich habe den Schlüssel noch nicht benutzt. Nein, auf den warten wir. So, jetzt kommt ja bestimmt wieder Mr. Mütze. Oh, doch nicht. So, da ging es ja nicht rein. Oh. Oh. Ey. Ich habe gezündelt. Ihr Arsch. Schiss. Ach, komm. So. Hallo. Oh, Daten. Yay. Okay. Doch, können sie. Muni! Okay, da haben wir einen Schrank zu verstecken. Doch. Das Symbol erinnert mich irgendwie immer ein bisschen an Umbrella. Dein Ernst? Komm her. Lappen. Na. Streichheizer. Yeah. Nein. Diesmal nicht. Okay. Das klingt irgendwie nach Schmorderpumpe. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt da lang gehe Muss ich dann echt auf den roten Punkt schießen? Scheiße Jo Alter Handy Okay, da ist die rotes Kleid, aber wir gehen erst mal Ja Das lädt doch Ach jetzt auch Oh Oh Supi Oh Supi Eigentlich müsste ich jetzt zurücklaufen und speichern Ah, da Jo Okay, wir wissen ja jetzt, wie es geht, ne? Probant Nummer 12, Test 71b, Elektronenplatzierung A2 Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum Nein Nein Okay, also wo sollen wir das jetzt reinstecken? In Angst A2 Der hat noch gelebt Das war ja Knorke Oh Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch Klar, aber sowas worden Ach, da sind Mami und Daddy Lecker Ja, ich warte gerade, dass hier irgendwas Blaues aufploppt, weil der Wald kam ja jetzt nicht Dann gehe ich direkt in den Schrank rein Aber ich will jetzt nicht sterben und dann alles nochmal machen Komm schon Okay Wir laufen durch Wo bist du, mein Sonnenlicht? Okay Okay Ich glaube, wir müssen nachher nochmal hier hoch Komm, das geht auch schneller Jupp, 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 jupp Jupp, jupp, jupp Kein Bock auf diesen Ruhweg Der macht nämlich one shot One touch Der besorgte Typ also Sie sehen nicht gut aus Sie sollten besser auf sich aufpassen Auch wenn du scharf bist, Baby So, wir haben ja jetzt zwei Schlüssel, ne? Gehen wir die mal entsorgen So, gespeichert haben wir jetzt Oh, wir sind voll Okay, wir hatten ja hier Dann machen wir jetzt da Blubber Hä, wir hatten noch zwei Warum der hier drin so nah ist Keine Ahnung, ey Das nervt mich auch So, Fitness Achso, ja Boah 10.000 Spritzenwirkung 15.000 Wir haben 14 Dann sparen wir das doch Dann sind wir da ein bisschen besser Was ist denn mit Reserve? Ja, könnten wir Ja Machen wir Dass man sowas überhaupt mit Mitmachen muss Okay Spritzenwirkung Sparen wir jetzt mal drei Drei So So Nochmal Spicern Und raus hier So Jetzt nochmal hoch Jetzt gehen wir links lang Keine Gegnerinsicht Okay, gut Aber das hier Ah Guck mal Schotti So Haben wir das auch schon mal wieder versorgt? Ja, achso Äh Ey Ich hab schlagen gedrückt Hans Oh Was ist das denn? Ah Was denn? Hä? Wasser brechen Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Naja, also wir haben jetzt ein Zahlenrad Und ein Gemälde Mit erhängten Leuten Oh, Grünzeug Okay Vielleicht haben wir hier uns noch nicht ganz genug umgesehen Ja Ja, rausgucken Ist nix Kann ich mich unter den Tiefen stecken? So Hier vielleicht mal an der Wand entlang gehen Okay Okay Okay, hier auch nicht Ah Okay Da war ich schon drin Da war ich drin Hier war ich drin Ah, hier noch nicht Vorsicht Ist die Mutter der Bozellan Kiste Gut Gut Wenigstens haben die das gut geregelt mit der Kamera Gut War das auch wieder geregelt? Hallo Tür auf Vorsicht ist besser als Nachsicht Bye 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 Wah Gib mir die ab Oh! Na, weh ja klar. Danke. Oh! 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 Come on, lecky. Va, und einmal du. Oh, glasbar wieder knapp. Oh! Hä? Elegit? Elegit? Okay. Super. Jetzt baue ich noch das Zweite. Dass wer weiß, wo hängt. Echt super. Echt super. Ist da was? Ach ne. Ah! Kiste! Voll übersehen! Gut, dass ich nochmal hier reingegangen bin. Aber wo soll jetzt das zweite Zahnrad sein? Hm. Hm. Jep, ich gehe auf Nummer sicher. Okay, das schneide ich jetzt am besten hier raus. Damit ihr jetzt nicht andauernd hier... ...Lade-Dinger seht. So. Und da sind wir wieder. Wo war jetzt das zweite? Also das zweite Ding. Hell. Ich nicht? Hier war es ja nicht. Oder haben wir es übersehen? Nee. Jep. Nee, da war ja mit Verstecken. Aber gut, dass wir gerade überall nochmal nachgucken, ne? Guckt mal, was wir übersehen haben. Okay, vielleicht hier noch irgendwo. Oh, da haben Munition. Stimmt, ja. Ja. Nee, also hier war es auch nicht. Wo zum... Geier ist das jetzt? Oh, das liebe ich ja, wenn man eine Sache suchen muss. Und die in einem so großen Areal ist. Das bremst immer voll aus. Aber es hat ja auch irgendwas mit dem Bild, glaube ich, auf sich, oder? Ach, nee. Ups. So. Äh. Moment, wir fahren nochmal dahin. Ach, nee. Nee. Abbrechen. Da waren wir doch schon zweimal. Hört ihr das? Mein Nachbarbord um 10 Uhr abends. Was bist du für ein Lappen? Kommt ihr gleich da hoch, Junge. Typ. Ach, da war ja noch ne Türe, stimmt, aaaah. Immer diese Spielverzögerung. Ja, ja. Ja, ein Mädchen und der fast geköpfte. Okay, facepalm. Oh! Oh! Danke Nachbar! Cool, ich wollte eigentlich nur meinen Blick nachmachen, den ich gerade zum Nachbar hochgeworfen habe. Und da hat er mir noch geholfen. Man sollte echt mal nach oben gucken. So. Ich hab dich schon gehört. Alter! Alter! Ja! So, ran an den Tresor. Na, das nenne ich ein lebendiges Schloss. Äh. Ja. Gott, das ist so icklich. Das ist so ick. Proband Nummer 14. Test 88C. Vorbereitung limbisches System. Dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4. Stimulation des zingulären Cortex. Zentrum der Hoffnung. Oh Gott. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Ja. Also in Hoffnung rein. In Hoffnung rein. Au! Au! Warte mal. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung, limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Aha. C4, ja wo sollen Latteiten sein? Moment. Äh, das könnte das... Ach du Scheiße. C4, Hoffnung. Das ist vorne. Boah, der kriegt gleich von mir einen, der gedonnert, der... Typ. Moment. Da vorne, also so quer über dem Nasenhöcker. Oh, ich hasse sowas. Und das um 10 Uhr nachts. Ja okay, kurz nachts hier, aber trotzdem. Ah, wie ich sowas hasse. Wofür kann... Das kann man am Tag machen, wenn ich abig bin. Du Lappen da oben, ey. Ist auch noch ne WG. Drei... War ein Porno-WG. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Nein, das sind jetzt keine Porno-Stars. Die Klinik hat bisher immer einen großzügigen Beitrag gelastet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Also ist das hier seine Hütte. Läuft. Bei dem. Also gehört ihm auch Umbrella Corporation, oder was? Ja, 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 bevor wir da jetzt reinjumpen. Ihr kennt's. Sie wollen aber nicht. To do with as I please. I created this world. You cannot keep me here. I created this world. You cannot keep me here. I created this world. I created this world. I created this world. Untertitelung des ZDF, 2020